So, 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 YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu My Game Dev City Game Dev Studio My First Game Dev Experience. Ihr wisst, ich weiß den Namen nicht. Oder ich vergesse ihn ständig. Wir wollen gucken, ob wir uns ein Büro mieten können. Das ist zu Hause. Wo ist hier? Ist Bauen? Hier. So, wir wollen natürlich niedrige Miete. Ist die Miete bei allen so günstig? 5.000, okay, 5.000 ist echt viel. 3.000 Miete. Und dann nehmen wir das Größte. Wir würden 96 Quadratmeter kriegen für 2, 5, 6. Das heißt, für 500 mehr im Monat würden wir 30 Quadratmeter mehr bekommen. Das ist auch gut. Ich gehe mal ein Stück höher, so auf 4. Was würden wir da noch bekommen? Für 300 Quadratmeter? Nee, nee, die 96, glaube ich, sind schon eine gute Sache. Die wären hier hinten. Und wie konnte man jetzt nochmal mieten? Ich musste nicht auf Bauen drücken. Kaufen. Mieten. Ah, da. Das hat er verändert. Okay. Mieten. Unser neues Büro. Es ist ein nettes Örtchen. Neues Büro. So, wir wollen es manuell einrichten. Und nehmen natürlich die schönsten Schreibtische, die es gibt. So, wir dürfen auch nicht zu viel ausgeben. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal von den Mitarbeitern anzahlen. So, dann wollen die natürlich noch ein bisschen was, damit sie glücklich werden. Tisch mit Pflanze bringt immerhin 2,2 Prozent Zufriedenheit. Sofa, Sessel viel zu teuer, viel zu groß und natürlich noch den klassischen Wasserspender. Den können wir hier auch noch irgendwo hinhauen, eine Reihe. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber so kriegt man die besten Werte halt hin. Es ist halt einfach nur Masse gewinnt. Man kann das auch automatisch einrichten lassen, aber dann ist es nicht ganz so, ja, hübsch in Anführungsstrichen. Am besten ist es natürlich so ein Gameautomat, aber der hat auch monatliche Kosten. Der Wasserspender halt nicht. Whiteboard bringt nur Unzufriedenheit und ein bisschen mehr globale Dingsfernsehen. Ja, nicht? Am besten ist eigentlich auch noch ein Tischkicker, kostet aber 50.000. Ein Wasserspender kostet 350, da kann man wesentlich mehr hinstellen. Zufriedenheit ist 71, Produktivität ist 100. Weil viele Sachen bringen auch die Produktivität runter, die die Glücklichkeit hoch bringen. Ich würde aber einen reinstellen, nicht? Einen einzigen? Jetzt Produktiv 97, jaja. Steht aber gar nicht mehr da, das finde ich schlecht. Hier steht ja eigentlich, steigert die Produktivität, das ist ja dann falsch. Er senkt ja die Produktivität. Kriegen wir hier irgendwo Bücherregale an die Ecke? Oh. Okay, man kann nicht nach rechts und links gehen, sondern nur nach... Hä? Wenn man hier am Rand ist, dann kann man nach rechts scrollen. Ich kann nicht scrollen hier drin. Hä? Das ist ja merkwürdig. Okay. Also, nicht Computer neuern. Äh, kaufen. Manuell. Das dürfte ein Buggy Bug sein. Oh, und das nervt auch. Escape, um abzubrechen. Okay, aber da krieg ich's nicht hin. Also, das ist echt... Das war früher anders. Weil, wieso kann ich mich nicht... Weil, der fängt halt die Maus hier drin. Aber das ist doch total dämlich. Jetzt geht's noch. Aber sobald ich hier drin was anklicke... Zum Beispiel das jetzt, nicht? Kann ich da drin mit der Maus navigieren. Ah, aber ich kann dafür nicht mehr den Bildausschnitt verändern. Oh, das ist nicht gut. Und wenn ich Escape drücke, gehe ich aus dem Baumodus raus. Hoch geht manchmal. So, Zufriedenheit auf 100 ist auf jeden Fall wichtig. Sonst muss man die öfter in den Urlaub schicken. Das will man ja auch nicht. Effizienz ist bei 107%. Das ist auch schon... Das ist nervig. Nicht schlecht. Also, ich sag mal so. Das UI war vorher besser. Es war schlichter. Es war einfacher. Einheitlicher. Jetzt ist er sehr groß und klobig geworden. Und hat andere Probleme. 100 zu 107. Ich glaub, das ist passend. Können wir noch ein bisschen... Auf so 110 oder so. Jetzt ist fast die Frage, dass man sich nicht bewegen kann. Hier kriege ich zum Beispiel kein... Kein Dings hin. Man könnte das so drehen. Das ist so ein bisschen... So der Knobel-Part in dem Game. Wie gesagt, wer das nicht möchte, kann es auch einfach automatisch anordnen lassen. Und viele Büros haben eine eigene Anordnung. Also sind immer anders aufgebaut. Okay. Wir brauchen Mitarbeiter. Ich würde sagen, ein Personalverwalter, Buchhalter. Sowas müssen wir auch einstellen. Weil der gibt hier Bonus-Zufriedenheit. Und der kostet nur 806. Ja. Einstellen. Ein Buchhalter. Minus 32%. Marketing-Manager. 1984%. Spiele-Kapazität 2. Sehr gut. Oh, auf die Spielkapazität habe ich bei denen gar nicht geachtet. Müssen wir gleich mal gucken. Und ein Produzent. Auf Strategie. Auf RTS. Okay, das ist neu, dass die spezialisiert sind. Das war vorher nicht. 2000. Stellen wir auch ein. So. Es bleiben hier nicht mehr viel Mitarbeiter übrig, nicht? Ähm. 1, 2, 3, 4. 4 können wir noch einstellen, die wirklich entwickeln. Ähm. Das heißt, wir brauchen einen Designer. Wir gehen mal nach Gehalt. Der ist sehr gut. Den stellen wir ein. So, jetzt brauchen wir noch einen hier. Der ist sehr gut. Und wir brauchen einen hier. Und einen Allrounder wäre nicht schlecht. Ah, sind alle sehr teuer. Da unten. Hier, ihn vielleicht. Und dann sagen wir, alle kriegen Computer. Sehr gut. und jetzt müssen wir aber noch mal gucken bei den Mitarbeitern. Der Personalverwalter? Ne, Mitarbeiter. Hier. Produzent. Ah, der kann nur eins. Okay. Der kann auch nur ein Büro. Der Büro, äh, der Buchhalter kann aber zwei Spiele. Der Marketingmanager auch. Das ist sehr gut. Am meisten hat man so zwei bis drei, manchmal vier Spiele halt am Laufen nebenbei. Aber so ist schon okay. Mitarbeiter abwerben kann man übrigens auch. Und der Personalverwalter wird hier Jan Metzel. Löhne sind gestiegen. Das ist, ja, ich glaube, ich habe hier noch nie was gemacht. Das steigt dann um zehn Prozent, wenn die besser werden. Man kann auch schulen. Da muss man aber eine Schulung bauen. Dann kann man die Mitarbeiter trainieren. Ähm. Genau. So, wir haben ja gerade kein Spiel laufen. Deswegen würde ich sagen, machen wir ein neues. Oder müssen wir die Engine aktualisieren. Gucken wir mal. Schreiben Sie die Spielengine neu. Durch das Neuschreiben der Spielengine wird der Nachteil des veralteten Codes beseitigt, obwohl es etwas mehr kostet als eine neue Spielengine. Oh, 800 Punkte. Nee. Das lohnt noch nicht. Hä? Ach so. Ich habe, ja. Dicke Finger. Dann aktualisieren wir die mal. Ach so. Und. Büros auswählen. Wir können das neue Büro mit dazunehmen. Wesentlich bessere Zufriedenheit und höhere Produktivität. Das Team ist gut ausgewogen. Ja, die sind mehr auf Coding wie mehr auf die ersten beiden und die letzte Phase. Die erste und die letzte Phase. So, Engine aktualisiert. Und dann machen wir das erste Spiel. Ich würde sagen, wir bleiben bei RTS, weil wir nur den Manager da haben und ein Transport RTS, Realtime Strategy, nee, Ninjas, programmieren, Jagd, Duck Hunt. Wahrscheinlich gibt es das Spiel sogar in echt. Ich kenne es nur nicht. So, für welche Plattform ist die Frage? Die hier, der Markt bricht zusammen. Die Vatagi lohnt sich nicht mehr. Der Commander 64 klingt eigentlich vernünftig. Hat ein bisschen weniger Prozessorleistung, aber das ist schlecht. Aber ich glaube, eine Alternative gäbe es nur den GES. Und da können wir mal Grand Tendo zur Verhandlung anrufen. Ich bin Hiroshi Kyoto und ich arbeite für Grand Tendo. Was kann ich für sie tun? Ich möchte das Spiel auf den GES veröffentlichen. Wir haben viele Jahre damit verbracht, die GES zu entwickeln. Ich würde mich freuen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber ich frage mich, was ihr Unternehmen zu dieser wunderbaren GES beitragen können. Voraussichtlich zahlt der verkauften Einheiten 47 Millionen. Angebot anpassen. Dauer des Exklusivvertrags ein Jahr. Und 120.000. Mal gucken. Wie wäre es stattdessen damit? Ein Scheck über 120 Millionen und GES 96 monatiger Exklusivvertrag. Und das ist... Ich empfehle es euch nicht zu tun. Ähm. Weil das ist echt... teuer. Okay. Ich möchte veröffentlichen. Okay. Wir bieten ihm 240.000 für 24 Monate. Okay. Weil 96 Monate ist eine lange Zeit. Ähm. Und man ist an diese Plattform gebunden. Man kann nicht für andere Plattformen entwickeln. Egal, was man machen möchte. Man kann es nicht umgehen. Das heißt, wenn irgendwas mit der Plattform passiert, hängt man in der Luft. Und... Das kann gut gehen. Das kann schlecht gehen, nicht? Aber man sieht, der Markt bricht ganz schnell zusammen. Und wie lange lebt so eine Konsole? Sicher nicht 96 Monate. Vor allem nicht... in der damaligen Zeit. Ja, wenn wir für ein Spektrum machen, nicht? Das hilft nicht viel. Ja, das ist schon blöd. Wir können natürlich für den entwickeln, aber dann können wir es nicht portieren. Komm, wir machen für den Commander. Wir setzen unseren neuen Produzenten aber ein und unseren... ähm... steuermäßiger Typ und unsere Marketing-Managerin. Unsere neue Engine. Duck Hunt. Zielgruppe... ist alle? Oder äh... Duck-Hun. Duck-Hun ist noch besser. Wegen War-Hun. Okay. Und dann starten wir da mal rein. Oh, wir sehen hier, da haben wir echt daneben gelegen ein bisschen. Benutzeroberfläche. Ja, ist nicht ganz so wichtig, glaube ich. Wie Story auch nicht. Ähm... Monochrome 3D-Farben. Nee, 2D-Ski-Spiel nicht. Gamepad-Unterstützung. Fände ich wichtig. Dialoge brauchen wir nicht. Oh, das ist falsch. Das ist genau 47. Ja. Das haben wir 100% herausgefunden. Okay. Achso. Und... Das passiert mir ganz oft. Wir wollen ja das Büro noch dazunehmen, das andere. Und dann können wir hier unten immer switchen zwischen den Büros. Und dann sehen wir, die arbeiten auch fleißig alle. Und lieben das natürlich. So, Pirate Thunder ist fast auf der Gewinnschiene. Oh, hier lagen wir auch daneben. Sound haben wir jetzt auch eingegrenzt. Das andere auch. Sound liegt bei... Ja, muss bei 55 liegen. Wenn die anderen da stimmen. Weil der Zeiger muss fast mittig sein. Das Speichern würde ich mal rausnehmen. Weil da muss man nix speichern, nicht? Äh... Weiter... Und... Wir machen veröffentlichen eine Demo, würde ich sagen dann. Midi-Sound wurde erfunden. Prozessorbedarf 2. Ja, okay. Jetzt werden die Features besser, aber die Konsolen kommen nicht hinterher. Das ist ein Problem natürlich. So, Hospitalsim abverkauft. 259.000 Einnahmen. 313.000 hat es wirklich eingenommen. 54.000 gekostet. 89 Fans haben wir gewonnen. Sehr gutes Spiel. Unser Bestes bisher. Oh, hier lagen wir auch ordentlich daneben. Das ist auf 41 gewesen, das ist auf 33. Das haben wir auch perfekt. Ja, einfache Animation. Was anderes können wir ja nicht nehmen. Ähm... Würde ich so lassen. Vatagi, der Marktführer, gibt bekannt, dass das Geschäft rückläufig ist. Wirtschaftsbericht, Heimcomputer ist weitgehend negativ. Die Hauptakteure der Videospielindustrie rechnen mit einen schwierigen Monaten. Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass sich die Lage verbessern wird. Also der Markt schwankt auf jeden Fall. Neues Feature, der Midi-Sound wurde von der Community eingebaut. Der Vorteil der Open Source Engine. Pirate Thunder hat sogar 23 Fans generiert. Sehr schön. So, Duck Hunt. Ähm... Wollen wir natürlich portieren, bevor wir es rausbringen. Äh... Für welche Plattform? Ja, GS können wir nicht. Für ein Vatagi machen wir trotzdem. Smart Vision. Ah, 4%. Den Rig. Von mir aus. Ulysses. Äh... Das bringt zwar eigentlich alles gar nichts, nicht. Die sind... CPC. Da können wir mal nachfragen. Ich bin Alan Pepper und ich arbeite für Amsterdam. Okay. Ähm... Ich möchte Spiele veröffentlichen. Wir haben viele Jahre da mitzugebracht. Bla, 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 bla. Nur 2,3 Millionen. Ähm... Ein Scheck von 60.000. Das klingt nach einem fairen Vorschlag. Wir haben eine Abmachung. Okay. Äh... Okay. Ähm... Hallo? Ähm... Okay. Nochmal rein da. Da hat irgendwas nicht funktioniert. Ach so, da muss ich draufklicken. Oh. Warum ist er da rausgegangen? Verwirrend. Okay. Ja, also 0,88% ist zu wenig, nicht? Roberto Vision ist auch... Ich meine, die ist neu. Ich meine, das kostet auch alles Geld. Muss ich auch so sehen, nicht? Manchmal lohnt sich das nicht, aber... Komm. Wir hauen für alle raus. 7 Plattformen. Hier warten wir nämlich, bis der Hype vollläuft. Und so lange können die das nämlich schön rein produzieren. Gibt's eigentlich wieder eine Messe? Welchen Monat haben wir? Juli. Und die findet statt wann? September. Boah. Wir gehen wieder mit zwei Spielen hin. Wir haben nur noch 1,1 Millionen. Eieiei. Ja, die Ausgaben sind deutlich teurer mit dem zweiten Studio geworden. Arbeiten jetzt eigentlich beide da dran? Das wollte ich gerade sagen. Da arbeiten ja nicht alle dran. So, wo arbeite denn jetzt dran? Da. Ah, das hätte ich mal vorher machen müssen. Jetzt muss ich das immer einzeln auswählen. Duck Hunt. Pirate Thunder. Machen wir. 51 Besucher. Oh, oh. Duck Hunt könnte gut werden. Neue Komponenten. Plattform veröffentlicht. CPC GES. Oh. Ulysse eingestellt. Und Grey TV eingestellt. Ähm. Ich weiß gar nicht, was waren Ulysse? War das Ulysse? Das sieht man hier zum Beispiel gar nicht so. Smart Vision. V-Spectrum. Rick. Roberto Vision. Okay. CPC. Und wir werden schon wieder vom Computer-Virus angegriffen. Wer hat hier Gates-Schmerzen? Was machen die nicht gerne? Verstehe nicht, was die hier haben. Ach so. Die haben den Virus hier, die beiden. Alles klar. Wo wird jetzt portiert? Der Hype geht ja schon wieder runter. Ja. Wir müssen veröffentlichen. Und volle Punktzahl. Ich würde es für 20 raushauen. 93, 94 Prozent. Ist okay. Gierig. Natürlich. 85, 90. Da würde ich sogar sagen, machen wir eine Marketing-Kampagne. von zwei Monaten. Wir kriegen 100.000. Die sind wichtig jetzt. 10.000 verkaufte Einheiten. Ist fast ins Plus gerutscht. Wow. Krass. Dacant wird 20 Prozent positiv erwartet. Vatagion VX 81 werden nicht weiter produziert. Ich finde blöd, dass man hier nicht Prioritäten angeben kann von dem, was sie zuerst portieren sollen. Und dass man nicht... Ah, warte mal. Ich könnte das andere Büro was anderes machen lassen, ne? Ich verkaufe 100.000 Kopien von einem Spiel. Wow. Okay. So, für die Plattform haben wir die auch schon mal raus. Wovor die Plattformen eingestellt werden. Ist mit 100.000 auf jeden Fall ins Plus gerutscht. Geil. Plattform veröffentlicht. CPC. Achso. Wartet mal. Wir können doch hier schon sagen, das Büro soll da dran arbeiten. Und die Minis wurden gegründet. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir die rechtzeitig dann in den Urlaub schicken. Neue Technologie. 3D-Grafiken mit 8-Bit wurden erfunden. Sehr schön. Und 3D-Grafiken mit 8-Bit wurde in unsere Engine gratis integriert. Wir haben 206 Fans. Das ist schon gut. Jetzt kommt. Werdet fertig. Dann können wir es nämlich veröffentlichen für die letzten Plattformen. Perfekt. Perfekto. Okay. Ähm. Bedeutet aber auch, wir müssen unsere Engine nochmal updaten. Und danach alle in Urlaub schicken. Ich habe hier schon wieder nicht alle Büros ausgewählt, nicht? So. Erstmal dürfen die sich jetzt alle erholen. Wovor sie traurig werden. Ups. Pirate Thunder ist ausgelaufen. 86.000 Verlust gemacht mit dem Spiel. Naja. Und einfache Filme wurden eingeführt. Uuuh. Und die Vatagi und Volks 81 wurden eingestellt. Naja. Wir haben gerade noch dafür entwickelt. Das war ein Verlust. Aber das Spiel grundsätzlich in der Pluszone. Wir können mal machen. Einen Vertrag, nicht? 246. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber hier. Ähm. Ich muss jetzt immer aufpassen. Ich habe hier nur zu Hause gewählt. Ich muss hier mal beide langsam wählen. Das schaffen wir doch. Sandkasten wurde, muss der Engine hinzugefügt werden. Oh Mann. Jetzt ist wieder so ein Technologieschub, ja, nicht? Wo viel passiert? So. Erstmal die 100.000 erarbeitet. Ich würde jetzt auch eher kurz mal auf Vertragssachen rübergehen. 131.000 in 18 Wochen. 200.000. Das ist schon viel. Aber auch das hohe Risiko. Das schaffen wir hier auf jeden Fall. 37.000. Ja, ich werde schon wieder teurer. Gut. Ich weiß zwar nicht, wo mein eigenes Geld herkommt. Aber so ist es. Zack, 1,5 Millionen. Also das lohnt sich halt wirklich. Gauner 26. Ah, wir können hier die Plattform nicht veröffentlichen. Ach so. Das ist schlecht. Dann machen wir das hier. 181.000 eingenommen. Neue Komponenten für Plattform. Rick wird nicht produziert. Skylight wird kommen. 300.000 mit Hospital-Dings. Da kam 281.000. Okay. Fertig. Ähm. Ja, dann die Engine wieder updaten. Ich war. Und das dauert schon lange. Löhne sind gestiegen. Die Leute werden besser. 102 Fans. 230 Fans haben wir. 100.000 für die Engine kriegen wir rein. Das ist gut. Wir haben wieder 1,7 Millionen. Wichtig und richtig. Boah, das dauert echt nicht. Wir ballern auf volle Zeit. Und jetzt müsste die Messe doch sein. Hatten wir dafür nicht Stände gebucht? Ich hätte gedacht, wir hatten dafür Stände gebucht. Oder habe ich ein Jahr vergessen? Das kann natürlich sein. Man kann auch immer für die Messen kaufen. Aber wenn man nicht so viel Geld hat. Die Messen werden auch teurer. Und auf einmal sind 100.000, 200.000 weg. Ist halt auch schlecht. Mit einer Freundin spielen wir gerne Hospitessim. Wir spielen es jetzt seit über 3 Jahren. Und wünschen uns eine Fortsetzung. Wir lieben dieses Spiel absolut. Machen Sie bitte eine Fortsetzung. Fortsetzung erstellen. Der Kellerspieler. Ähm. Okay. Machen wir natürlich. Aber wir müssen erst die Engine fertigstellen. Dakun spielt echt viel ein. 75 Dollar. Aber die große Plattform. Commander 64. 300.000. Das ist echt viel. Kommende Plattform. Vatagi ST. 100.000 für die Engine. Sehr gut. Okay. Dann alle nochmal in den Urlaub schicken. Ein neues Spiel spielen zu können, muss man erst die Steuerung und Mechaniken kennen. Das ist nicht einfach. Du hast dich entschieden, ein Tutorial für ein. Für deine neuen Spiele zu erstellen. Oh nein. Jetzt kommen auch noch Tutorials in die Spiele. So. Computer für 165.000 müssen wir auch aktualisieren. Nicht. Wir müssen ja die neueste Software haben. Digita Arts übernimmt Zenimin. Okay. Marktübernahmen. Die Diskette wurde erfunden. Okay. Dakun wird 15% mehr einnehmen. Sehr schön. Und Skylight wurde veröffentlicht. Da können wir also auch für produzieren. Das Spiel Dukun auf jeden Fall im Plus. Alle Leute sind zufrieden. Das heißt, die Engine ist neu. Wir können also neu loslegen. Bei RTS kennen wir ihn noch nicht viel. Ich würde noch einen Strategiehammer raushauen. Fantasy. Zombie. Oh ja. Brain Alley. Irgendwie sowas. Mit unserer Engine. Zwei Studios. Wir nehmen unseren Produzenten. Den brauchen wir nicht mehr bei Dakun. Deren Buchhalter können wir doppelt nehmen. Marketing Manager können wir auch doppelt nehmen. Das ist sehr schön. Gibt nämlich einen fetten Hype Bonus. Und das machen wir nur für Erwachsene. Strategie. Zombie Game. Brain Alley. Oh. Und wir könnten ein normales Spiel erstellen. Nicht ein Indie Game. Weil wir fünf Entwickler benötigen. Aber wir bräuchten 10k Fans zur Verkaufsförderung. Also lohnt sich das nicht. Ähm. Das kostet halt einfach viel, 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 viel mehr Geld. Äh. Achso. Und Plattform. Welche nehmen wir? Tja. Der Commander. Skylighter. Skylighter 0,08. Ähm. Vatagi ist noch nicht rausgekommen. Aber wir könnten mal telefonieren. Nolan Vatagi. Bla bla. Ich möchte für Vatagi veröffentlichen. Bla bla. Ähm. 60.000. Und. Oh. Was habe ich jetzt geklickt? Das war doof. Das ist echt ein Problem. Das war schon mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wie viel habe ich denn bezahlt? Zu viel. Ich muss laden. Oh. Spiel speichern. Neues Save Game. Spiel speichern. Ähm. Neues Save Game. Ähm. Hauptmenü. Hauptmenü ohne speichern. Können wir laden? Kopie. Spiel laden. Ah. Shit. Der hat nur einen Spielstand. Ah. Der hat kein Autosave an. Oh. Shit. Wir haben eine Million verloren. Automatisches Speichern. Alle zwei Minuten. Wart mal. Wart mal. Ah. Dann muss ich es doch irgendwo laden können, oder? Spielladen. Kopie. Kommt man nicht irgendwo. Früher konnte man das aufklappen. Und dann kommt man alle Spielstände davon sehen. Oh man. Ein falscher Klick nicht. Das ist schlecht. Also das muss nochmal eine Sicherheitsabfrage geben, die nicht genau unter dem Mauspunkt ist. Ich habe einfach geklickt und gleichzeitig geklickt doppelt hat er es akzeptiert. Und dann hat er gleich da drunter den Akzeptieren-Button gehabt. Das ist echt mies. Ja klar. Ja gut. Haben wir eine Million verloren. Scheiße. Kann ich nicht ändern, ne? Kann auch nur sagen hier Kopie. Aber ich habe ja nur eine Kopie als Spielstand. Das sind die Kopien, die ich jetzt hier angelegt habe, ne? Das hilft mir nichts. Naja. Weg. Oh man. Gut. Eine Million in Sand gesetzt. Also wir wollten Brain Alley herstellen. Der Produzent. Der Buchhalter. Der Manager. Das sollte ein Strategie-Game sein mit Zombies. Tja. Film war Tagi SG. Äh, ST. Dann ist es halt so. Und, äh, kommt er erst raus. Weil dann können wir schon vorarbeiten. Nicht? Und die anderen portieren wir dann. Sofern es möglich ist. Gucken wir mal. Ähm, wir haben was zur Verfügung. Ich meine, der hat gute Leistung, nicht? Da können wir ordentlich was reinpacken. Das wären schon 5 von 9 sind. Okay. 3D-Farben mit 8 Bit. Nehmen wir natürlich. Wir sind... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, ich gehe wieder auf mal 4. Aber das war... Oh Mann. Das habe ich schon mal gehabt. Ich hoffe, dass... ... das lohnt sich. Mit dem Vatagi. Aber ob das was sich lohnen wird, werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen. Kleiner Cliffhanger, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.